Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Nasse Sache Avomswer in Rostov, in diesem Gebiet. Diese Weltquest kann nur vorhanden sein, wenn so ein Übergriff stattfindet und ihr als Hodler unterwegs seid. Kann sie vorhanden sein, muss aber nicht. Ich bin von diesem Flugpunkt aus hier hinunter gelaufen und eventlang. Natürlich kann man auch von dieser Seite kommen oder von dieser Seite, wie auch immer. Wie ihr seht, darf man als erstes einen Späher der Schattenjäger ansprechen. Davon gibt es mehrere. Zeige euch einen davon. Ich bin nun auch im Weltquest-Gebiet. Geht erst mal die geredeten Mobs. Sollte euch dieses Video helfen, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren würde mich sehr freuen und motiviert mich weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. So, Späherwind der Schattenjäger angesprochen. Die Sprechblase muss man nicht mehr anklicken, wie man sieht. Ich mache es jetzt einfach mal. Nun sind noch mehr Mobs geredet. Nun heisst das Ziel getötet. Problem an der Sache ist, dieses Ziel kann sich an unterschiedlichen Positionen finden. Jetzt darf ich nochmal die Späherwind anquatschen, weil mein Buff weggegangen ist, dadurch, dass die Mobs geredet sind. Wie man sieht, wenn man sie anspricht, bekommt man einen Unsichtbarkeits-Buff. Es kann auch so sein, dass wenn ihr mit einem Chart diese Weltquest macht und ihr wisst, wo der Mob ist, dann kann es sein, dass bei einem anderen Charakter der Mob an einer anderen Position ist. Zumindest ist es so auf einem Patch, auf dem Patch-Server, vielleicht ändert es Fließart noch. Und hier ist das Ziel, der steht normalerweise hier in diesem Bereich. Der wurde jetzt ein bisschen zurückgepult. Ich finde ihn ziemlich hart teilweise. Deshalb hatte ich mir auch so Waffzeug besorgt. Aber jetzt ist es nicht mehr nötig. Und wie gesagt, der kann auch an anderen Positionen sein. Heisst ein bisschen suchen meistens. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr euer Ziel gefunden habt. Eventuell hilft ihr so den anderen Spieler. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.